Ach ja, der Gardasee, ist er nicht schön? Schönheit gut, wenn ihr mich fragt. Yo Leute, Peace, ich hasse Maurice. Ich befinde mich heute am Gardasee, wie man... Gardasee hier, im Hintergrund, so schön. Ähm, ich will heute ein paar Fragen beantworten von euch. Die erste Frage kommt von meiner Großmutter. Sie fragt, hast du Zukunftsträume? Was möchtest du einmal werden? Polarforscher oder lieber Liegestuhltester? Aber vielleicht ist das ja zu persönlich. So viele Autos sind ja schwarz. Ich meine, ich meine am Gardasee. Das ist auf keinen Fall persönlich für mich. Aber die zwei Berufe, die ich machen wollte. Einmal Busfahrer zum zweiten Radiomoderator. Klappen nicht. Weil es kein erster Beruf ist. Und zum zweiten, wegen meinem Brille Eintreffen. Die zweite Frage kommt von Rafi. Er fragt, können wir mal gemeinsam einen Vlog machen? Wenn ja, schreib mir eine DM. Auf Instagram heißt der... Ja, theoretisch könnten wir das schon machen. Das Problem ist, ich wohne in der Schweiz und weiß nicht, wo du wolltest. Die dritte und letzte Frage für heute von... Lennox, Anity. Er fragt, wie alt bist du und wieso hast du mit YouTube angefangen? Sehr gute Frage. Ich bin 16 Jahre alt. Und mit YouTube habe ich angefangen, weil es mich interessiert hat. Ich hatte Lust dazu. Und ein Kollege von mir hatte damals vor vier, fünf Jahren auch YouTube gemacht. Und mit mir ein YouTube-Konto gegründet. Grüße gehen raus an dich. Ich würde sagen, jetzt gibt es nur ein paar schöne Aufnahmen vom Gardasee hinter mir. Yo Leute, peace out. Das war's mit dem Video am Gardasee. Ich bin mittlerweile wieder zurück vom Gardasee. Schön war es am Gardasee. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittag, Abend oder Morgen. Kommt drauf an, wann ihr dieses Video gerade schaut. Und peace out. Ciao. Ciao.